4, 1, 7, 6, 3, 41.763, das in US-Dollar ist nun das neue lokale Hoch für Bitcoin. Zumindest diese genaue Zahl ist das lokale Hoch, wenn man auf Coinbase schaut. Aber heute befassen wir uns mit der Frage, nach diesem lang erwarteten Ausbruch über 40.000 US-Dollar, sind wir alle geblendet und kommt doch ein großer Crash, auch im Jahr 2024? Oder ist das vielleicht doch jetzt endlich der Start des nächsten Bullruns? Und dazu schauen wir uns den Markt heute aus der kurzfristigen Linse, aus der mittelfristigen Linse und aus der langfristigen Linse an. Ist also wirklich alles dabei und ich habe euch auch echt einige Einblicke durch Statistiken, Vergleiche und so weiter mitgebracht. Hinsichtlich dem Bitcoin-Kissen und dem Gewinnspiel, das machen wir alles am Ende vom Video. Wir starten wie immer mit dem Bitcoin-Chart selbst und es wird bis zum Upload sicherlich schon etwas anders aussehen. Wahrscheinlich sind wir dann sogar noch etwas höher. Aber das Wichtigste, wir haben jetzt erstmal und auch mit einer echt ordentlichen grünen Kerze den Ausbruch über die 40.000 US-Dollar-Marke gesehen. Ein neues lokales Hoch bei fast 42.000 US-Dollar erreicht. Möglicherweise haben wir dieses Level jetzt auch schon angetestet, denn das ist auch wirklich unser nächster wichtiger Widerstand. Und bevor wir direkt zu meiner persönlichen kurzfristigen Einschätzung kommen, ganz kurz erstmal ein Überblick allgemein darüber, was dieses Jahr für Bitcoin und Krypto passiert ist. Ich habe das heute Morgen auch schon auf Twitter gepostet, beziehungsweise auf X, keine Ahnung, ich kann mich an den Namen irgendwie einfach immer noch nicht richtig gewöhnen. Sagen wir einfach auf Elon Musks Social Media Plattform und das ist alles basierend auf diesen 41.763 Dollar pro BTC. Allein im Jahr 2023 ist der Bitcoin-Preis um 153% gestiegen, wodurch BTC nun wieder eine Marktkapitalisierung von mehr als 800 Milliarden Dollar hat. Seit seinem Tiefstand von nur einem Jahr ist Bitcoin offiziell um 168% gestiegen und der gesamte Kryptomarkt hat im letzten Jahr eine Marktkapitalisierung von 770 Milliarden Dollar hinzugefügt. Mit dieser plus 800 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ist Bitcoin auch endlich wieder ein Top 10 Asset weltweit, hatte Tesla überholt, jetzt auch Berkshire Hathaway, etwas das Warren Buffett sicherlich hat nicht kommen sehen. Und ja, Mr. Zuckerberg von Meta wird sicherlich auch bald dran glauben müssen. Auf jeden Fall ein völlig anderes Bild wie 2022, wo Bitcoin nicht mal mehr in den Top 20 war. Hier ein Screenshot der gleichen Webseite vom 9. November 2022. Und diejenigen, die dieses gesamte Jahr im Kryptomarkt auch wirklich miterlebt haben, können bestätigen, das Sentiment von November 2022 ist absolut anders, eine komplett andere Welt, wie das Sentiment jetzt im Jahr 2023 Richtung Ende. Die letzte Sache, die aber noch extrem wichtig ist, bevor wir uns anschauen, was für Bitcoin passieren könnte. Krypto ist derzeit nicht die einzige Anlageklasse, die extrem gut performt. Gold, das Absicherung gegen schlechte Zeiten Asset schlechthin, hat gerade eben erst ein neues Allzeithoch erreicht. Und ja, wir haben festgestellt, dass Krypto mit Aktien nicht mehr so stark korreliert, wie es mal war. Aber trotzdem, Dow Jones übersteigt 36.000 Punkte, während die Aktien nach Bemerkungen von FED-Chef Paul mit Gewinnen enden. S&P 500 erreicht den höchsten Schlusskurs seit März 2022. Auf der einen Seite haben wir also definitiv dieses ganze ETF-Narrativ, welches spezifisch für Bitcoin ein wirklich unglaublicher Katalysator war und auch sein wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch zum Beispiel jetzt eben andere Rohstoffe wie Gold oder auch Aktien, die auch eine sehr, sehr bullische Phase miterlebt haben, wegen anderen Faktoren, die aber Bitcoin sicherlich auch beeinflusst haben. Und mit diesen Hintergrundinfos starten wir jetzt mit dem kurzfristigen Ausblick. Und der wahrscheinlich wichtigsten Frage, haben wir mittlerweile einen Punkt erreicht, bei dem der Markt so überhitzt ist, dass eine 10, 20, vielleicht sogar 25% Korrektur unvermeidlich ist. Vom aktuellen Kurs, sagen wir mal, mit minus 16% wäre das ein Retest der 35.000 US-Dollar-Marke und mit minus 22% der 32.300 US-Dollar-Marke. Jetzt, wenn wir zum Beispiel mal auf den Fear & Greed Index schauen, dann sehen wir nun, seit über einem Monat sind wir hier im Bereich Gier, was aus der Perspektive des Sentiments ein Zeichen von Überhitzung ist. Auch beim Open Interest einfach gesagt die Menge an Hebel oder Leverage im Markt, nochmal seit gestern allein ein Anstieg von weiteren 1 Milliarde US-Dollar und das höchste Open Interest seit März 2022 ebenfalls ein Zeichen von Überhitzung. Und sogar wenn wir auf den Weekly RSI, also den relativen Stärkeindex beim Wochenchart schauen, dann bewegen wir uns mit über 80 definitiv auch wieder im überhitzten Bereich. Worauf ich damit aber hinaus möchte, ja, theoretisch wird es Zeit für eine Korrektur. Nicht einen riesen Mega-Crash oder so, aber zumindest für eine Korrektur von irgendwo zwischen 15% und vielleicht 25%. Und wir haben ja auch schon mal vor einiger Zeit zum Beispiel auf diesen Chart hier geschaut, der einfach visualisiert, dass auch in sehr bullischen Phasen einem Bullrun sogar 30% bis 40% Korrekturen extrem normal sind. Ich sage aber trotzdem bewusst theoretisch, denn und das ist den Leuten, die jetzt schon länger im Kryptomarkt unterwegs sind, auch bewusst, wenn genug FOMO da ist, wenn genug Hype hier irgendwie im Kryptomarkt unterwegs ist und vor allem auch, wie wir das momentan gesehen haben, genug Hebel da ist, bei dem die Short-Positionen immer wieder liquidiert werden und uns dadurch sogar noch weiter nach oben treiben, was wir auch zum Beispiel gestern gesehen haben, dann kann der Markt noch viel, viel, viel weiter überhitzen, bevor wir diesen Flush, diese Korrektur bzw. diesen Reset überhaupt bekommen. Zum Beispiel waren wir hier zwischen November 2020 und Januar 2021 für drei Monate lang am Stück im Extreme Greed, also extrem hohen Gierbereich, eben auf dem Fear and Greed Index. Wir hatten in dieser Ende 2020 Bullrun-Phase einen absolut verrückten Anstieg des Open Interests, bevor wir dann mal Monate später endlich erst die Korrektur hatten und auch beim wöchentlichen RSI hatten wir in dieser Zeit, aber auch in anderen Zeiten zum Teil Monate, wo dieser Index eben über 80 in diesem roten Bereich war, wo wir aktuell wieder eingetreten sind. Fazit, ja, eine Korrektur wird immer und immer wahrscheinlicher, aber es kann aufgrund der Antizipation für den ETF bis zum ETF immer noch sein, dass wir einfach immer weiter steigende Preise sehen mit maximal, keine Ahnung, 10% Korrekturen oder so. Ich verspreche euch, der mittelfristige und langfristige Ausblick wird deutlich weniger technisch und auch deutlich kürzer, davor aber ganz kurz die Erinnerung, falls ihr immer noch nach einer zufriedenstellenden Börse sucht, um in Bitcoin oder auch Altcoins zu investieren, mit dem allerersten Link in der Beschreibung könnt ihr euch wie immer gerne noch den 10 Euro Startbonus sowie 10.000 Euro freies Handelsvolumen bei der Anmeldung für die EU-regulierte Kryptobörse BitWavo sichern. Dort habt ihr über 200 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren und vieles mehr wie Staking oder auch eine 100.000 Euro Kontogarantie. Ich bin mittlerweile auch schon persönlich seit knapp zwei Jahren bei BitWavo. Wie gesagt, einfach den ersten Link anklicken, da findet ihr dann auch alle weiteren Infos. Und dann kommen wir jetzt zur mittelfristigen Prognose. Mit mittelfristig meine ich so ungefähr drei bis vier Monate, also sagen wir mal circa bis Februar, März 2024. Für 2024 allgemein haben wir prognosemäßig echt alles dabei, von 45.000 US-Dollar bis 250.000 US-Dollar oder sogar noch viel, viel mehr. Und ich werde euch keine spezifische Zahl oder einen spezifischen Preis nennen, weil wirklich niemand am Ende weiß, was genau passieren wird. Wir hatten für 2023 hinsichtlich Bitcoin wirklich unzählige bärische Prognosen, von wegen 10.000 US-Dollar oder sogar 5.000 US-Dollar von Standard Charter, die ja gerade eben erst eine 100.000 US-Dollar Prognose aufgestellt haben. Aber das wichtigste Ereignis wird trotzdem, und ich glaube, darauf kann man sich einigen, die ETF, die Spot-ETF-Entscheidung von der SEC wahrscheinlich Anfang Januar. Dass wir einen großen Crash mit sehr vielen verwirrten Marktteilnehmern bekommen, falls wir tatsächlich eine Ablehnung sehen, ist wahrscheinlich klar. Aber auch wenn wir die Genehmigung bekommen, glaube ich persönlich nicht, dass wir direkt einen nachhaltigen Anstieg für Bitcoin sehen werden. Klar, ein unmittelbarer Anstieg von 10, 20, 30 oder sogar noch mehr Prozent wird wahrscheinlich unvermeidbar sein. Aber, und das hatte ich auch schon in einem Video mal erklärt gehabt, weil es, oder aufgrund der Tatsache, dass wir zwischen der ersten Genehmigung, wo der ganze Hype da sein wird, und dem tatsächlichen Handelsstart der ETFs, 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar 7 Wochen haben, in denen erstmal nicht so viel passiert, denke ich, dass wir in dieser Zeit diese ganzen Gewinne und sogar vielleicht noch mehr rückgängig machen. Also ein Buy the Hype, Sell the News Event. Und dann darüber hinaus, die nächsten 1, 2 Monate, hängt es einfach extrem stark davon ab, wie viel Spot-Nachfrage tatsächlich diese ETFs generieren können. Und ich kann schon mal sagen, die Erwartung ist auf jeden Fall, dass wir extrem viel Nachfrage bekommen. Und daher glaube ich, dass sogar wenn wir ganz ordentlich Nachfrage bekommen, nur nicht das, was vielleicht manche erwarten, wir trotzdem fallende Preise sehen könnten. Die Erwartungen sind nämlich definitiv hoch. Hier haben wir zum Beispiel oft auch den Vergleich mit dem Start des ersten Gold-ETFs, wo wir danach wirklich astronomische Anstiege und auch für eine lange Zeit gesehen haben. Langfristig gesehen, also jetzt wirklich auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen, kommt es echt darauf an, wen man fragt. Wenn man mich fragen müsste, dann würde ich sagen, es wird definitiv weiterhin viele lange bärische und lange bullische Phasen geben. Vielleicht nicht direkt im Vierjahreszyklus, aber das wird es auf jeden Fall geben. Wobei von der regulatorischen Klarheit über Sachen wie zum Beispiel die Adoption, jetzt auch wirklich auf Landesebene und Regierungsebene, bis hin zu Sachen wie dem Mining, der Hashrate, auch dem Halving zum Beispiel, welches jetzt aufkommt, geht alles wirklich in die richtige Richtung. Und dann noch das Gewinnspiel. Der erste Gewinner des ersten Bitcoin-Kissens ist Martin. Ich habe dir auch schon geschrieben. Alle anderen, die mitgemacht haben, ihr bleibt in diesem Pool der ganzen Direktnachrichten, aus dem ich dann immer wieder einen Gewinner auslosen werde. Und für alle, die mir noch nicht geschrieben haben oder auch gar nicht wissen, was genau abgeht, für jedes Video, welches ich im Dezember bis zum 24. uploade, verlose ich eines dieser Bitcoin-Kissen, mein eigenes erstes Produkt, welches ich jetzt gelauncht habe. Und dafür müsst ihr mir einfach nur auf meinem privaten Instagram-Account folgen, der Link ist in der Beschreibung, und mir dort eine Direktnachricht zukommen lassen. Für alle, die gar nicht warten können, das Kissen gibt es jetzt auch in einer sehr limitierten Anzahl schon auf Amazon zu kaufen. Link ebenfalls in der Beschreibung. Und damit hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne noch ein Abo da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.